Er ist dann so... Wraps, Wraps mit Joghurt, Sauerkraut und ähm... Was wollte ich draufpacken? Ich glaub ich wollte Erbsen draufpacken. Ganz ehrlich, wie hätte denn sein Mazda... Hat der denn ernsthaft? Ganz ehrlich, wenn du dich in Rot und Grün hast, dann kannst du das gleich irgendwie knicken. Ähm, also... Ich... Ich glaub mir wird schlecht. Das stimmt allerdings. Also wirklich, also das ist doch... Alter, das ist ja das letzte, Alter, also wirklich. Guck mal, ich weiß auch, ich will hier nicht unsere kranken Pläne gerade hier gleich. Was? Der macht ja bestimmt dasselbe gerade, der Penner. Ja, macht's auch. Das ist kein Auto, oder? Ich muss ja genauso wie ich das billigste Büro von allen haben. Los, nicht noch mehr sparen. Ja, los. Egal, was du für ein Büro hast. Aber egal. Endboarding. Wer ist Waterboarding? Nee, Waterboarding wär auch echt. Oh, Oberfest. Ja, weil nächste Woche ist ja schon ein Praktikum, Alter. Praktikum. Was gibt's denn dazu? Ja, aber jetzt lass ich gucken. Ja, aber... Ja, ist der nächste dann. Hehehe. Schaut. Ja.